So, herzlich willkommen zurück zu Xeopolis 2. Ja, ich bin so im Kellergeschoss, habe mir da so einen Unterboden hingelegt und dachte mir, das ist vielleicht ganz günstig für andere Aufbauten, vielleicht auch für die Lagerung von Lava, obwohl die Produktion natürlich in diesen, da muss ich jetzt mal zumachen, in diesen, wie heißen sie, Micro Compact Machines, genau, die Compact Machines, die kommen ja dann. Rose Gold kann ich noch nicht machen, da braucht man ja diese Projektoren, muss ich mir erst noch mal erinnern, wie das war, auf vier Seiten aufgestellt, in einer bestimmten Höhe und dann kann man diese Compact Machines machen, das ist natürlich praktisch, da könnte man diese ganze Geschichte mit der Lava auslagern und dann hätte man hier diesen großen Aufbau nicht, das wäre eigentlich so das Ziel, aber zunächst mal, die ganzen Endermen sind ja wie verrückt, sie sind natürlich sehr interessiert, was hier also stattfindet, aber wir wollen heute natürlich ein bisschen weiterkommen, sind ja noch ein bisschen zurück, also, was heißt zurück, wir sind auf jeden Fall nicht an der Stelle, wo ich eben, die ich eben gezeigt habe, hier fehlt immer noch das, habe ich noch nicht gefunden, Other Side hatten wir schon im letzten, beim letzten Mal erreicht, nur um hier weiter zu kommen, muss man den Ancient Temple aufsuchen, da habe ich auch schon ein bisschen geguckt, die Richtung mal mir angeguckt, aber ich möchte eigentlich trotzdem erstmal hier so ein bisschen was erzeugen, dann habe ich natürlich das nicht, aber das ist die Voraussetzung dafür, denn ich habe ja diese Echo Chart durch den Griff in die Urne, sage ich mal, Griff in die Urne, ja, da habe ich das ja bekommen und soweit ich das absehen kann, ist das möglich, dadurch auch alles zu bekommen, was hier nötig ist, das heißt, ich brauche eigentlich nur, Gucken wir mal nach, ich brauche, Ancient Skulk habe ich auch, Ancient Skulk habe ich hier, einmal den Bronze Block, Ne, Bronze war es nicht, oder? Doch, war ein Bronze Block, wo habe ich den denn? Ich habe den noch die ganze Zeit mit mir rumgetragen, wo ist er denn jetzt? Also, äh, ich meine, es war Bronze, ne? Ja, Block auf Bronze, das ist jetzt kein Problem, einen neuen zu machen, aber, ähm, ich sehe ihn jetzt nicht, ist natürlich ein bisschen schade, muss ich wieder neunmal hier investieren, aber vielleicht findet er sich irgendwann noch an, ich weiß nicht, wo ich ihn gelassen habe, irgendwo kaputt gegangen, ja, gut, dann habe ich hier schon mal, äh, ein bisschen weiter gemacht, da soll jetzt natürlich, äh, also alles, alles nur vorübergehend, ne? Das ist jetzt, äh, kommt dann in diese Compact Machines, äh, das soll, da soll jetzt, äh, im Grunde, äh, das angeschlossen werden, das Ganze, was hier auch ist, das heißt, wir brauchen zweimal dieses Stone Barrel, das ist ja jetzt keine große Sache, machen wir das erstmal, zweimal Stone Barrel, und, ähm, Stone, wenn du, ich packe mal ein bisschen was weg, das ist ja einfach zu viel, Barrel, so, ich hoffe, ich habe hier auch noch Stein, doch, zweimal, jawohl, und dann, ähm, zweigen wir das mal vielleicht hier hinten ab, ja, ich glaube, das ist okay, äh, da kommt jetzt ein Barrel hier hin, und zwar auf einem Block von Ponce, so, und dann wird ja daraus, äh, dieses, ähm, wie heißt das, ja, die, äh, Improved Organic Fluid, so, und aus diesem machen wir natürlich dann, mal gucken, müsste doch eigentlich gelingen, wenn man hier diesen Skulk Block dahin setzt, dass man daraus, äh, dann diese andere Flüssigkeit macht, ähm, mal gucken, ja, wo haben wir jetzt da, okay, aber den, ich sage, ich suche ja eigentlich, ja, den suche ich, leichte Verwirrung, so, äh, das ist nicht der Fall, doch, es kommt was, ja, so, okay, gut, das ist der Ziel, so, und aus diesem, äh, müssen wir dann, äh, praktisch, ähm, Moment, wie war die Vorgehensweise, da müssen wir Eco Shards herstellen, und die Eco Shards kann man, die kann man sieben, indem man Skulking, äh, Organic Matter erzeugt, und das kann man erzeugen, indem man einmal, ähm, Transformation Powder in diese Flüssigkeit taucht, das machen wir erst mal per Hand, dazu brauchen wir natürlich diese Eco Shards einmal, und Improved Transformation Powder ist jetzt kein Problem, dieses Powder kann man natürlich, äh, bekommen, haben wir ja, und diese Eco Shards sind einfach nur, ja, einmal aufgelöst, so, ähm, nein, das gleiche, so, jetzt gucken wir mal, ob wir da, irgendwo, da ist nichts mehr drin, da ist viel, kann man die klein hauen, Moment, wie ist das denn, ne, die kann man nicht, da werden die einen mal verarbeitet worden, dann, ich glaube, ich werde mal hier ein bisschen was rauspacken, und, äh, dann, äh, müssen wir halt nochmal neu erzeugen, dann machen wir das so, und, äh, wir brauchen ja jetzt Sand, oh, das, äh, staut sich schon hier, ist alles voll, müssen wir nochmal anmachen, ja, ist auch nötig, ja, das ist auch nötig, der ist an, der läuft, okay, machen wir jetzt mal aus, äh, wir haben eine ganze Menge schon erzeugt, oh, das ist lästig, aber ich, äh, trau mich nicht so ran, muss dann meine andere Rüstung anziehen, um, um, äh, da, bestehen zu können, auf, so, das müsste eigentlich, das haben wir, das haben wir, wir haben alles, so haben wir eingestellt, ja, ich kann natürlich hier die Verbindung mal eben kappen, geht auch, dann machen wir das mal weg, so, immer wieder, immer wieder, so, jetzt, äh, sollte es eigentlich funktionieren, gut, dann machen wir mal an, und dann produziert er ja die Sachen so, okay, ähm, dann brauchen wir diese, die müssen wir auflösen, na, jetzt draus machen, geht ja nicht anders, und dann brauchen wir dieses Pulver, das lege ich, glaube ich, mal nach, nach links, dieses, das kann ich natürlich alles jetzt gar nicht, äh, claimen, ich glaube, ich werde auch gleich erst mal losziehen, also, äh, wir brauchen Skulking Transformation Powder, Transformation Powder, so, das sollte, äh, geht nicht, kann ich das gar nicht anwählen, Moment, äh, ich glaube, ich muss hier rein, so, jetzt, okay, fünfmal, das könnte, mehr kann ich nicht machen, ne, doch, ich muss noch mal fünf, fünf, fünf Kin kriegen, so, und wenn ich die jetzt da reinpacke, dann sollte das ja mindestens schon mal wieder, äh, einen Block geben, und den siebe ich dann durch, ich glaube, ich muss aber zwangsläufig, ähm, diese Meshes haben, äh, also mindestens Iron Meshes, und dann kann ich, kann ich bekommen, auch Echo Shard, Moment, gucken wir gleich mal, äh, ähm, das ist dieses Organic Meta, und wenn es einmal angelaufen ist, dann kommen auch Echo Shards raus, äh, Echo Shards, die bekommt man im Sieben, wenn man das im Iron Mesh macht, und zwar, einmal 30 Prozent, das sollte ja klappen, Ender Perf Fragment, das ist sehr schön, äh, das sollte ja klappen, ne, also, ich glaube, das, äh, müsste eigentlich klappen, da müssen wir immer abwarten, bis das, äh, äh, sich umgewandelt hat, ist natürlich auch eine Sache, die, die man dann noch bedenken muss, aber da kann ich ja reintun, was ich will, oder kann versuchen, das reinzupacken, das gelingt nicht, dann machen wir die mal ruhig alle, und, äh, äh, dann werden wir die mal durchsieben, äh, Moment, ich lasse es mal bei diesem, guck mal, ob das so klappt, mach mal die mal raus, mal einen Test, gucken, was da raus wird, naja, gut, haben wir mal spendabel, drei, stand da, drei, 30 Prozent, das ist natürlich jetzt alles noch hier irgendwo im System drin, es dauert immer ein bisschen, bis das abgearbeitet ist, man könnte es natürlich beschleunigen, ich habe ja diese schöne Flasche hier, gucken wir mal, das war das so ein bisschen, ich glaube, ich erreiche das gar nicht, ne, gucken, ob das so geht, dann wird es etwas schneller funktionieren, ja, okay, kann ich jetzt schon wieder hoch, äh, da ist es, ich glaube, das ist noch belegt, diese Stelle, äh, machen wir hier einen Block hin, so, dann müsste ich eigentlich hochkommen, jawohl, geht das jetzt so, ja, das geht hin und her, ja, da ist schon mal sowas, aber, nur ein Nugget habe ich hier, das hatte ich vorher auch, oh, das ist natürlich nicht so günstig, äh, ich dachte, da würden jetzt doch mehr von diesen Eco-Shards kommen, drei haben wir noch, muss erst mal so eine Startmöglichkeit, da ist eine, ja, da ist eine, gut, also doch mehr als 30%, äh, da haben wir eine, die kann man dann wieder auflösen und dann weitere produzieren, also, das sollte dann auch hinhauen, das ist das Prinzip, dann machen wir das mal hier weiter, da müssen wir noch mal neue Draw hinpacken und, äh, das dann bestücken damit, also, die brauchen wir noch, aber Nuggets, ähm, na, nehmen wir die mal, die Nuggets, die entstehen ja dabei auch, ähm, dann kriegen wir Gold, dann kriegen wir, ähm, wahrscheinlich, ähm, ich mach das oben, ähm, da kriegen wir Silber, und, ähm, jetzt brauchen wir noch Holz, ach, wir haben noch Draw, das ist sehr schön, brauchen wir gar nicht, na, was haben wir denn noch bekommen, Silber, haben wir Silber schon, nein, Silber ist noch nicht da, gucken wir die noch mal rein, gucken, was kommt, ah, hier ist Silber reingekommen, ja, da ist Silber reingekommen, sehr gut, dann haben wir hier, Zinn, ist klar, Gold, Silber, und da sind die Echo Shards, ja, das ist okay, das kann man so machen, ja, eigentlich, eigentlich gut so, eine Echo Shard, ja, gut, dann, ähm, kriegt man nämlich immer welche nach, kann die wieder benutzen, um, ähm, um die, äh, das Transformation Powder zu bekommen, äh, da müssen wir erstmal wieder eingeben, hier, da ist es, und wir werden mal, jetzt haben wir die, wo ist denn die eine Echo Shard, ach, die habe ich jetzt beide, habe ich jetzt beide benutzt, nein, Nugget, aha, ja, gut, ich habe die aufgelöst, ne, ist egal, darauf kommt es ja auch jetzt nicht an, es kommt ja darauf an, dass wir das Rezept, äh, umsetzen können, und, ähm, mir schwebt dann vor, genau diesen Aufbau, äh, wie ich den, äh, an der Vorderseite habe, hier auch zu kopieren, und dann, ähm, die mache ich noch, so, okay, also das wie hier, hier vorne auch, äh, mit diesen Geräten Pulverizer, ähm, wenn, wenn benötigt, und, äh, dann werden wir, äh, das hier in ein zentrales System, also, äh, Drawers System einleiten, und von da aus dann weiter, denn das brauchen wir ja auch für die Erzeugung der nächsten Stufe praktisch, ne, das ist ja dann immer hier, muss ja immer in die Mitte, und dann kriegt man die, äh, diese ganzen Geschichten hier, also so ist der Plan, und, äh, wir müssen also jetzt noch einen Pulverizer haben, und noch einen Sequential Fabricator, dann kann das eigentlich auch schon in die Produktion gehen, ähm, müssen nur sehen, wie wir die, die, äh, Sachen da reinleiten, das ist so ein bisschen, weit auseinanderliegend, jetzt haben wir da wieder Ecoschart, zwei Stück schon, also jetzt trägt sich das System auch, es entstehen immer neue Ecoscharts, äh, durch das Sieben, und dann kann ich wieder, das andere erzeugen, okay, das wäre der, der Plan, jetzt muss ich nur überlegen, wie ich das am besten, äh, mache hier, äh, außerdem soll, will ich ein, äh, Magmatik, äh, Dynamo, zusammenstellen, aber dieser, Dynamo, der braucht hier diesen, äh, diesen Machine Frame, dazu brauche ich Elektrum, also soweit bin ich noch nicht, Elektrum ist ja Silber und Gold kombiniert, ähm, und zu gleichen Teilen, äh, das, äh, wird ja bald gehen, kann man dann auch machen, und wie gesagt, diese ganze Produktion geht dann nach, äh, irgendwo in den, äh, in die, äh, und die Lagerung von, ähm, von Lava, die werde ich dann unten weiter durchführen, okay, das ist, äh, der geplante Ablauf, ich werde mal noch ein Draw dahin setzen, mal gucken, vielleicht kommt da noch was raus, was ich nicht übersehen habe, aber ansonsten ist das eigentlich schon eine ganz gute Möglichkeit, ja, wenn man natürlich weiter ist, das heißt, wenn wir erstmal Refined Storage haben, oder Applied Energistics, dann ist das ja viel einfacher, dann kann man natürlich, ähm, das ganz gut, äh, kombinieren, und mit Rezepten versehen, ähm, so, wir machen das jetzt, äh, was macht ihr denn jetzt hier, oh, nein, 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 ich bin nicht, ich, ich bin nicht richtig angezogen, tut mir leid, also ich muss jetzt erstmal schnell nicht umziehen, ach, zu spät, boah, und der letzte, und dann ziehen wir die mal, die Sachen mal an, so, wo ist mein Grabstein, da, mein Freund, wir haben auch gleich ein, oh, das ist jetzt doch sehr voll, ich hab dann automatisch wieder die andere Rüstung an, scheint damit auch zu gehen, na gut, dann ist es okay, die werde ich, äh, ich werde aber sowieso die, äh, Ordenrüstung anlegen, ähm, muss ich jetzt mal umbauen, denn, wenn ich in die, gefährlichen Gefilde, Other Side, gehe, dann, was mache ich jetzt, das Falsche auf jeden Fall, die, die wollte ich abnehmen, und, dann, äh, die anlegen, so, okay, ja, so, den weg, und den weg, und, den brauchen wir, zack, das, jetzt hab ich doch wieder den angelegt, hier, ne, äh, kommt in Verwirrung hier mit der Rüstung, ja, gut, dann ist das, ähm, dann ist das so eigentlich fertig, jetzt müssen wir nochmal die ganzen Teile hier uns, hier anlegen, so, und die Schuhe, ähm, wer weiß, ob wir sie brauchen, das kann natürlich schon sein, denn es geht ja da über Wasser, ein Boot, zweites habe ich, ich überlege, ob ich nicht die, ähm, die ganzen Gerätschaften hier lasse, denn, das brauche ich nicht, äh, da nicht, hier, Improved Organic Matter, sollte ich auf keinen Fall mitnehmen, äh, die Platten kommen da rein, auf jeden Fall, das kann eigentlich auch wieder rein, und das auch, ähm, Eimer weiß ich nicht, könnte sein, die kann ich aber auch, äh, verpacken, das brauche ich in jedem Fall, äh, die setzen wir noch unten hin, auf jeden Fall muss ich zu Essen mitnehmen, es ist nämlich nicht ganz ungefährlich da, jetzt mache ich erstmal meinen, meinen Todespunkt wieder weg, ähm, und hier auch, Moment, hier, so, Remove, fertig ist es, ja, das könnte man, ach, das mache ich später, die packen wir nochmal weg, oder, oh, da mal ruhig durchlaufen lassen, einfacher, lassen wir die durchlaufen, und, äh, die Schwämme kommen nach unten, da werde ich nochmal hier ein bisschen weitermachen, das mache ich dann im Stillen irgendwie, das ist so ein bisschen Fummelkram, mal absammeln und neu, aber, äh, wird schon so langsam, ja, da kommt der nächste, die nächste Säule hin, jetzt habe ich noch zwei übrig, äh, so, okay, gut, dann können wir losgehen, bist ja schon wieder da, oder bist du ein anderer, nein, nicht hatten wir schon mal, so, dann packe ich das jetzt hier rein, alles, und fertig, so, das kommt da rein, Fragment, ja, ich glaube, ich bin vorbereitet, muss nur ein bisschen zu essen mitnehmen, äh, sonst wird das nix, haben ja genug, ein bisschen Brot erzeugen, so, und, noch irgendwas, ja, nehmen wir die auch noch mit, Kartoffeln haben wir auch genug, also, ich glaube, wir haben hier genug zu essen, äh, und dann bin ich eigentlich soweit fertig, die Flasche kommt hier rein, ähm, ich überlege, ob ich die mal wegpacke, so wertvolle Teile brauche ich jetzt eigentlich nicht, denn, es kann auch mal sein, dass ich gar nicht wieder an mein Zeug rankomme, dann wäre das natürlich ein bisschen ärgerlich, so, jetzt sieht es gut aus, so, das ist der Punkt, an dem ich schon war, also, da oben, ähm, bin ich angekommen, hab da, ähm, mich erst mal runtergelassen, das war ja alles mit Wasser, ich hab aber, äh, da schon mal eine Leiter, damit ich zurückkomme, eine Leiter hingebaut, so, irgendwas macht der jetzt, so, und, ähm, jetzt gucken wir mal, das ist eine ganz schöne Ecke weg hier, also, diese Sachen, die sind eigentlich ganz harmlos, ich hab festgestellt, übrigens, dass man hier nicht auf, ähm, auf die Shift-Taste gehen darf, ähm, denn, äh, wenn man Shift drückt, dann hat man, äh, direkt diese, diese Kakteen hier drumrum, also, manchmal muss man es machen, wenn man aus dem Boot aussteigt, aber, gut, okay, ich hab mir schon Markierungen gesetzt, also, ich war schon etwas weiter, da sind einige, 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 Gegner, die sich mir entgegenstellen, ich glaub, ich werd einfach durchlaufen, das ist besser, komm, verschwinde, die waren vorher nicht da, ich weiß gar nicht, warum die sich jetzt hier rumtreiben, so, dann hab ich mich hier durchgearbeitet, weg mit dir, und, ähm, das ist ja noch harmlos, wir kommen an andere Stellen, die nicht mehr so harmlos sind, aber immerhin, 2000, ach, die können durch die Wände, ja, auch nicht schlecht, äh, auch nicht schlecht, so, jetzt wird's nämlich doch etwas, äh, hakliger, da muss man schon, gucken, dass man, äh, einermaßen flott, äh, und gut gestärkt, durchgeht, ich hab jetzt gar keinen, ähm, besonderen Apfel mit, aber na gut, gucken wir, dass wir's schaffen, was ist das jetzt, ach, ja, die kommen natürlich hier auch, diese Viecher, ist klar, einfach weiter, einfach weiter, so, da steht mein Boot schon, vorbereitet, ey, du, bist da drin, das gibt's ja nicht, lass mich da rein, die fahren auch gern ein Boot, äh, ich glaub, ich hab die falsche Richtung, dann geht's hier weiter, wenn ich nämlich jetzt gleich, ähm, ja, ich muss das früh genug machen, und den Rest dann schwimmen, dann geht's besser, so, ich glaub, hier war ich angekommen, ich glaub, ich glaub, da öffnet sich's wieder, hier, das sah nur so aus, ich hab' ich denn jetzt weggeschmissen, ach, was war's noch, was war's noch, ne Flasche, mein Schwert hab' ich weggeschmissen, ja, das ist natürlich überhaupt nicht gut, nein, kannst du mal da bleiben, ich weiß nicht, manchmal reagiert das so zähflüssig, ich weiß auch nicht warum, das so, äh, zäh ist, und auch wenn man wechselt, die, äh, die Items, dann, äh, das hab ich schon öfter gehabt, dass das nicht richtig geht, man muss dann so ein bisschen langsamer sein, naja, gut, so, jetzt gucken wir noch mal, 125, ein bisschen nach rechts wäre gut, ähm, ich werd noch einmal hier, geradeaus, und dann, glaub ich eher nach rechts, äh, ich glaube, 116 Blöcke in die Richtung, ja, das machen wir, das machen wir, da gehen wir mal nach da, so, das war, das was ich sagte, muss aufpassen, dass man nicht in die Tiefe kommt, so, noch einmal, jetzt fehlen tatsächlich Sticks, recon GadgeAT, äh, 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 Okay. Jetzt war es ein bisschen mühsamer. Immer unterschiedliches Material. Oh, das sieht nach irgendeiner Treppe aus. Ich glaube, ich bin richtig. Ancient Temple. Gut, dann haben wir das ja geschafft. Nochmal stärken. Wer weiß, was uns da erwartet. Auf jeden Fall geht es hier hoch. Wie bitte? Da erwartet mich schon jemand. Ja, ich sehe schon, da sind irgendwelche Füße zu sehen, oder? Da unten. Das sieht so aus wie Füße. Ja, ja, genau. Der steckt da irgendwo fest. Ich glaube, ich muss mich nach oben bewegen. Ah, ich gehe mal ein bisschen weiter zurück. So, und dann? Ah ja, ist schon okay. Komm. Ist schon okay. Der Rest erworben. Der darf mich natürlich jetzt nicht erwischen. Nee, das hat keinen Sinn. Da muss ich erstmal hier ein Loch graben. So. Und dann. Jetzt ist alles nicht viel. Wow. Ich glaube, das ist noch ein Stück höher, das Ganze. Ich glaube, das ist noch ein Stück höher. So. ich glaube ich gehe erst mal zurück brauche ich das wie sieht es denn aus habe ich wenigstens diese quest erledigt die habe ich erledigt dadurch dass ich den ancient temple ja gemacht hatte das habe ich auch ancient school können wir hier zeigen ja hier echo chart haben wir auch kann man oben rausholen und wieder reinstecken das ist auch erledigt und die nuggets haben wir auch eigentlich schon aber irgendwo sind sie jetzt verschwunden da sind sie ich habe jetzt ja so die haben wir auch warum die eigentlich nicht da drin da wollte ich so haben okay der rest geht da wieder rein und dann sind wir damit fast durch dann brauchen wir noch die das powder oder was halt completed ok damit ist diese reihe erledigt und wir können auch offiziell hier weitergehen da ist immer noch dies offen muss ich machen ja das haben wir schon erzeugt das machen wir jetzt noch mal haben jetzt eine ganze menge auch bekommen vielleicht sollte ich ja doch mal ein hopper hin setzen warte mal ich nehme mal einen anderen ich nehme mal ein ein richtig schönen hopper haben wir jetzt die möglichkeit so und dann drauf und eigentlich vielleicht eine kiste auch noch und dann das will nicht ach so ok ich muss das rausleiten ja ich brauchen ich brauche eine pipe item eine chest die haben wir hier dann die kiste stellen wir gibt es ja mehrere mehrere dinge hinten hintereinander das wird ja dann noch mal weiter gehen also hier hin das nächste das wird so das kann so nicht bleiben ich sehe es schon und dann brauchen wir die item pipe und dann müssen wir es aufmachen dann sollte es eigentlich aber es kann so nicht bleiben weil es ja viel zu kurz ist die nächste strecke wird ja das viel länger werden das sieht man ja schon fluid ja da sollte es eigentlich rein gehen aber das tut es nicht warum tut es das nicht in den fluid geht das vielleicht mit einer item pipe habe ich das nicht hier auch so gemacht das habe ich mit der alten pipe gemacht das geht natürlich ja ok dann machen wir es so nehme ich das ding weg nehme ich das ding weg kommt eine item pipe drauf und dann setzen wir da eine kiste hin haben wir hier noch kiste drauf und das dran und dann diese dinge rein dann geht es so dann kommen die hier rein aber wie gesagt das kann nicht bleiben weil es ja immer mehr wird es kommen ja immer mehr sachen hier dazu wir sind jetzt hier an der stelle salty matter das ist das nächste ich weiß nicht was man da braucht habe ich es noch nicht geguckt das geht wahrscheinlich im waterlock sieving must be waterlocked sieve sieving must be waterlocked sieve und dann kriegt man diamanten ok sehen wir noch nicht aber wir haben immerhin das erzeugt das ist schon mal sehr gut das haben wir gleich auch ok dann kann man hier weitermachen und ich mach das jetzt erstmal per hand und dann muss man überlegen wie das wie das weitergehen soll das ganze so dann hauen wir mal das das hier raus ok den ok den brauchen wir auch und dann haben wir das schon erledigt prima dann können wir nämlich auch elektrum schon machen enderperlen kein problem enderperlen habe ich schon lange ganz lange auch das haben wir vielleicht kriege ich ja noch eine enderperle jawohl eine enderperle und da muss ich das natürlich zu machen wir das schon 19 wollte ich gar nicht was ist das das sind die pin pieces oder das tin aber wir brauchen ein ja ich muss ein bisschen mehr erzeugen können also mal ein upgrade rein das ist zu wenig nehmen wir mal die einfachen haben am meisten noch iron und ich denke also noch haben wir am meisten iron packen wir das hier rein und das sollte dann auch funktionieren so ok dann ist das frei ja prima dann brauchen wir das nur zu brennen das habe ich jetzt bestückt hier mit mit diesem augment das geht auch ich habe jetzt genug power dass das funktioniert da gibt es wieder etwas dazu das ist sehr schön und dann wollen wir das gleich mal uns nehmen dann ist da eine ender chest gefordert die werden wir auch gleich angehen ender chest geht wie auch ganz einfach vier mal ja gut das kann man dann aufrufen und von den fragmenten auch ender chest ender chest erledigt kapitel abgeschlossen sehr schön dann hätten wir das auch und jetzt fehlt nur compact machines das ist ja silber und gold gold und copper copper gold und copper dann müssen wir doch um plan hier ist mal ein bisschen copper nehmen ich glaube ich habe schon eine ganze menge copper wenn wenig gold 18 mal gold immer noch ein und dann machen wir daraus mal vier jetzt müssten ja acht entstehen das ist sehr gut dankeschön ein mehr als gedacht dann gibt es ja zehn stück dann haben wir zehn okay zehn stück ja auch erledigt und okay dann kommen compact machine wall die brauchen wir da brauchen aber viel mehr davon das bedeutet ich muss erst mal viel mehr gold erzeugen das ist noch viel zu früh okay ja diese ender chest habe ich eine eine andere dazu bekommen das ist natürlich hervorragend da kann man überlegen ob man das ganze irgendwo hin und her leitet das sind ja auch die die man farblich einstellen kann da kann man ja mehrere systeme verwenden das ist natürlich wunderbar die ist auf weiß gestellt also da kann man überlegen ob man so system zusammen baut ich weiß noch nicht genau wie ich das auf aufbauen will weil ich ja hier unten auch diese diese stelle habe nur das soll ja auch noch mit einbezogen werden ist leider noch unter wasser aber ich habe noch keinen vollständigen plan ich weiß es noch nicht wie das gehen soll aber das wäre natürlich prima wenn ich dann das auslagere unten oder in einem compact machine dann kann ich das ja ganz das ganze ja auch hier rüber leiten ganz einfach und daran die diese gerätschaften hier dran schließen das wäre natürlich prima da braucht man das ganze zeug hier nicht stehen zu haben da würde ich ja einen von diesen ender tanks hin bauen und dann wird er das mit lava versorgen muss natürlich auch muss man auch die stromproduktion überlegen wie das geht eventuell auch an so einen strang und wo lava ist ja ach so ich wollte mich mal erkundigen ob ich an einen machine frame jetzt kommen kann das geht in der press die press haben wir elektron ist das ist gold und silber jetzt weiß ich das ist gold und silber das andere war eigentlich klar gold und silber ja ok gut dann machen wir das mal gucken ob wir da noch ein bisschen mehr erzeugen zwei jawohl sehr schön elektron ich weiß nicht ob ich da auch noch andere dinge nein moment doch doch den brauche ich auch das brauche ich auch aber da brauche ich vier für wo ich vierte brauche nur ein ja eins das ist teuer das ist teuer zu viel mal erst mal einen und dann gehen wir später in die produktion ja stimmt das braucht immer vier einmal machine frame so jetzt könnte ich auch einen magmatik dynamo herstellen ja da brauche ich noch mal ein in war block oft ah ja 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 ich erinnere mich das ist multiservo press ich erinnere mich das ist ja eine prozedur mit dem rubber genau wie war denn das melting da muss man erst mal dieses erzeugen und das bekommt man das ist latex latex wie kriegt man latex treme uns im kreis im moment ich muss das so machen latex geht vom jungle log der ist nicht so schwer den müsste ich natürlich auch machen da fehlt mir jetzt in der machine frame und das geht noch nicht nein das ist noch ein bisschen weit aber ich denke das ist einer der nächsten schritte und dann sind wir schon in der nähe dieser compact machine dass das ist das nächste item tunnel da kann man aus der maschine heraus leiten vermute ich mal insert or extract energy von mir genau das sind die die sachen die verbinden das miteinander gut kann man natürlich auch anders machen wie gesagt mit dem ender tank aber das geht doch so warum nicht sind vielleicht günstiger und diese geschichte dass da braucht man auch machine also diese machine wall ist sehr 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 häufig zu verwenden braucht aber auch nicht so viel rose gold um acht stück zu erzeugen vier mal rose gold das ist ja nicht so teuer denn das entsteht ja aus copper und copper und gold und insofern hat man schon geht ja hier marschiert hat man hier natürlich schon eine große ausbeute hier claim man noch mal eben kriegt man noch mal was das ist super hätte ich gerne ein zahnrad gehabt oh ja das ist aber gut ein machine frame und wie ich sagte hier geht es zu dem boreal extractor arboreal extractor ich sag es mal ganz deutsch ja ok und dann kann man latex produzieren ich erinnere mich dunkel aber ob ich das schon verwendet habe bei seopolis 1 das weiß ich nicht das weiß ich ja das habe ich gemacht das ist klar und dann kommst du hier nämlich zu diesen magmatik dynamos das hatte ich schon im blick eigentlich man wird hier sehr eng geführt das ist bei dem spiel einerseits ganz schön andererseits natürlich gibt es einem nicht so viel freiraum wie bei anderen spielen das ist vielleicht so ein bisschen der nachteil na ok trotzdem macht spaß und ich werde es auch weiter spielen alles klar dann sind wir für heute durch bedanke mich fürs zuschauen und sag mal bis zum nächsten mal schönen abend tschüss bis zum nächsten mal